Ich lese jetzt das Buch von Gerhard Hüther. Gerhard, Doktor Professor Gerhard Hüther. Mama, binne. Hüther, Hüther. Mama, binne. Wow, Spinne. Seine Videos habe ich ja sowieso schon alle geguckt. Der ist so toll. Und da kam gerade die Frage, wozu ist das Gehirn da? Ja, und wozu nutzen wir es im Endeffekt? Wir unterscheiden uns ja nicht von den Tieren oder der Natur ab. Wir gehören ja dazu. Nur unser Gehirn ist ja weiterentwickelt. Aber wozu nutzen wir es? Ja, gute Frage. Mama, binne, Hand.